Servus liebe Freunde der gepflegten Warthunder Unterhaltung, ich bin Raiboon und das hier ist Der Komet, mit dem ich unterwegs gewesen bin, unter anderem mit noch ein paar anderen Schäplockern, mit Thomas, mit Charlie 2 und mit Hunke Bunke und wir sind tatsächlich diesmal nicht im RB unterwegs gewesen, nein, sondern im SB sind wir unterwegs gewesen und ihr seht es, die Karte Ash River Zwei Cap Punkte, das jeweilige des Teams und einige von euch, die das jetzt schon kennen bzw. mich kennen und meine Spielweise kennen, die wissen auch, dass ich mittlerweile auf Ash River nur noch oben auf dem Hügel langfahre, einfach weil ich keine Lust habe, mich, wenn ich hier unten langfahre, von hier oben beschießen zu lassen So, das war ein Sim-Gefecht, wie ich es selten erlebt habe, es ist an Spannung meiner Meinung nach in den Sim-Gefechten, die ich bisher gefahren bin, nicht zu überbieten gewesen, deswegen wollte ich euch die Runde zeigen Und ich habe sie nicht aufgenommen, deswegen ist es auch ein Replay Und ihr wisst ja, ich zeige euch auch gerne mal, wenn eine wirklich Hammerrunde dabei rauskommt, die einfach dann auch mal unkommentiert Und deswegen werde ich jetzt auch meine Klappe halten und euch diese Runde einfach zuschauen lassen Und ja, ich bin mal gespannt, was ihr so zu dieser Runde in den Kommentaren sagt Das ist auf jeden Fall, ja, ziemlich spannend gewesen Da ist der erste Gegner weg Und dadurch, dass es auch so spannend war, war die Runde auch relativ ausgiebig, was die Länge angeht Aber bitte schaut selbst, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Schrauben wurde verletzt! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe ihn! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 971 Punkte, 6 Abschüsse, 2 Abschusshilfen und einmal bin ich gestorben. Und ja, da habe ich tatsächlich den Erstplatzierten aus dem Gegnerteam noch um 30 Punkte geschlagen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann lasst mir doch auch gerne ein Abo da. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.